Hey ho meine scheußlichen Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spore! Vielen Dank, dass ihr das letzte Video so schön bewertet habt. Ähm, ja, da war's wieder, das Geflimmer. Warte mal, ich dreh mich mal schneller. Ah, nee, daran liegt's auf jeden Fall nicht. Okay, wer die ersten beiden Parts verpasst hat, sollte sie unbedingt nachholen, weil Spore ist ein richtig cooles Spiel und wir haben hier unten unsere Zeitachse, Leute. Wir waren ganz am Anfang, sahen wir so aus, ne? Wenn ihr das nicht, äh, verpassen wollt, dann unbedingt die erste Folge angucken, weil da waren wir so ein kleiner Wurm und jetzt sind wir mittlerweile so ein Monster hier. Genau, so sieht's aus. So, wir müssen jetzt unser neues Nest finden, das heißt, wir folgen jetzt mal dieser Spur hier. So, und ja, dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall mehr, äh, Feinde töten und dadurch dann, ähm, mehr Leute für unser Rudel gewinnen können. Und wenn wir das haben, ho, 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 Leute, dann geht's richtig ab. So, wir haben hier neue Skelette, kriegen wir neue Teile. So, hier ein Körperklammarm, so. Ach ja, wir haben hier unten eine neue Fähigkeit namens Schlagen. So, komm, wir gehen auf den Weg. Oh, was ist das da? Das sind ja Würmer! Oh, oh, Gott! So, so, zack und zack und zack. So, genau, die sind eigentlich ziemlich schnell down, so wie es aussieht. Zack, batz und hier, komm. Wuh! Was ist denn los? Warum flimmert das jetzt? Das ist manchmal so seltsam, das hatte ich noch nie. So, Gott. Gott, hör auf jetzt! Das, Alter, so schlimm war es noch nie. Leute, die Flimmerkalypse ist am Start, es tut mir leid. So, komm, los. Zack, zack. So. Vielleicht immer, wenn ich ein Nest im Visier habe. So, oh, da hinten ist noch einer. So, komm. Zack und zack. Komm, wir müssen das letzte noch down machen. Genau, perfekt. So, wuh! Okay, hier. Schön essen, ne? Damit wir wieder schon voll werden. Cool. So, wir müssen hier lang auf jeden Fall diesen Weg hier folgen. Denn dort geht es zu unserem neuen Zuhause. Wobei, das neue Zuhause ist ja eher in der... Oder ist es jetzt in der Richtung? Hä, warum lau... Das zeigt mir hier... Ich laufe jetzt einfach... Hey, mal wechselt es hier und mal wechselt es da. Ich laufe jetzt zum neuen Nest. So, wow. Okay. Okay, lauf einfach. So, wir können aber... Können wir nicht sprinten? Springen! Oh, ich kann springen. Und sprinten. So, let's go. So. Ach, da oben ist eine Sprintleiste. Okay, so. Hier, schnappt ihr das? Zack. Ein... Ein Nah... Was? Ein Nahwalhorn? Lol! Oh, da entsteht aber gerade ein neues Nest, Leute. So. Dann können wir das da einfach mal angreifen hier. Dieses Vieh. Komm her! Mh, lecker Schmecker. Mh, komm her! So. So. So wie es aussieht, sind die gerade in ihren Kokos und müssen schlüpfen. Aber, ja, juckt uns jetzt erstmal nicht. Weil... Oh, sind die geschlüpft? Ah, ne, der frisst gerade nur unser Maid. So. Okay, los. Lau, Forest. Okay, da hinten ist, sind wieder solche Typsels, aber das ist uns erstmal egal. Wir ziehen in das neue Nest ein. So. Was ist jetzt wieder los? Leute, das ist immer nur... Manchmal. Ich will nur wissen, in welchen Situationen das ist. Oh, den greifen wir an. Los. Immer wenn ein Nest ins Ding kommt. Vielleicht scannt das irgendwie. Irgendwie sehen die Flimmerbildschirme auch aus, Leute. Das sieht aus, als ob... Ähm... Als ob das Texturen wären von den Monstern, ne? Also, so sieht das irgendwie aus, habe ich das Gefühl. So, komm her. So. Weiter. Weiter. Sehr schön. Woo! So. Neues Teil. Jetzt müssen wir noch einen killen. So, guckt, Leute. Das sind Texturen, ne? Also, sag ich safe, dass das Texturen... Alter, wie schnell sind die? So. Egal, haben wir jetzt gestellt. Komm her. So. Wuh! Und los. So, haben wir. Späß ist ausgerottet. So, wir kriegen wieder DNA-Punkte dazu. Und können noch hier das Skelett holen. So. Ey, das ist... Ohne Witz, Leute. Ich frag mich, was... Weil das Ding ist, Das ist nur in OBS zu sehen. Leute. Das ist nur in OBS zu sehen. Dieses Flimmer-Dings. Das hab ich auf meinem Spiele-Bildschirm nicht. Und das ist das Seltsame. Das ist das... Total komische. Was ist das da? Lol. So ein Stachelschweiner? So in etwa irgendwie. Keine Ahnung. Es scannt irgendwie die ganzen Kreaturen. Lol. Ach, immer wenn ich an so einem Fragezeichen vorbeilauf, könnte ich mir vorstellen, dass es das ist. Weil es halt, wie gesagt, die neuen Kreaturen scannt. Oder so. Keine Ahnung. OBS ist ein geheimer Spore-Scanner. Könnte das sein. Wir schnappen uns dieses Teil da jetzt mal. Huch. Musste ich das ausgraben? Ne. So. Wui. Wir haben unser neues Nest gefunden. Auf jeden Fall. Und, äh, ja. Da feiern wir jetzt mal eine Runde. Neues Nest. Neue Mates. Und... Ach so. Wir müssen das jetzt erst noch einweihen. So. Wuhu. Sehr schön. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Äh. Was ist jetzt los? Oh. Ich werde schlauer, Leute. Oh. Ich spüre es in meinem Kopf. Kribbelt es richtig. Yeah. Woo. Sehr geil. Okay. Okay. Woo. Ja, nice. Ja. Es geht weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Plätze fürs Rudel. Und da können wir jetzt hingehen. So. Nehmen wir den da mal. Und sagen. Hallo. Hat der... Gehört er schon zu meinem Rudel? Hier. Hallo. So. Das passiert. Und jetzt. Zack. Äh. Warte. Ja. Er ist jetzt in meinem Rudel. Perfekt. Sehr geil. So. Aber bevor wir weitermachen, Leute. Machen wir logischerweise hier. Ups. Ja, wer will sie mit mir paaren? Du da. Hallo. Oh, ich hätte noch das Skelett einsammeln können. Egal. Macht nichts. So. Hello, du. Dann gehen wir mal ein Ei rausballern. So. Und zack. So. Wir können unsere Spezies jetzt weiterhin verbessern. Oh. Ich bin mal gespannt, wo sich das Ganze hin entwickelt, Leute. Weil. Wir haben jetzt hier einmal das hier. Ein Handtane. Das ist Beisenstufen 4. Das heißt, das fügen wir uns direkt mal hier hinzu. So. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier bessere Beine anscheinend bekommen. Aber die machen jetzt keinen großartigen Unterschied. So. Arme. Wir können jetzt das hier wegmachen, Leute. So. Und können das hinzufügen. Weil da ist Schlagen. Stufe 2. So. Jetzt haben wir solche Krüppelhände. Aber. Leute. Ich möchte, dass jetzt hier das ein bisschen länger wird. Das machen wir hier auch ein bisschen weiter nach unten. Und wir kriegen ein bisschen Oberarme hier. Okay. Ich möchte auch hingehen. Und die Wirbelsäule so ein bisschen. Ich möchte mich aufrichten. So. Zack. Zack. Genau. Weil wir wollen ja irgendwann mal eine humanoide Spezies sein. Also die auf zwei Beinen geht. Das haben wir ja schon. Aber die aufrecht geht. Will ich gerne haben. So. Dann haben wir hier. Ähm. Das da. Ja. Machen wir das da weg. Und fügen das hier hinzu. So. Perfekt. Okay. Dann haben wir hier weitere Waffen. Eine Katakult. So. Warte mal. Wenn ich das jetzt weg mache. 25. Uuuuh. Wir könnten vielleicht bald spucken. Also im Sinne von Dingens Bumsen. Wenn ich das da weg machen. Wenn ich die Flügel weg mache. Dann könnte ich es mir leisten. Aber Leute. Machen wir wann anders. So. Den Katakult. Den tun wir auf jeden Fall uns mal vormerken. So. Wir sind jetzt. Bass. Äh. Bass. Äh. Bass Tinger. So. Weil wir. Wir haben weniger Finger. Yeah. Beste Begründung. Flimmer. Flimmer. So. Und. Tada. Wuhu. Wir haben uns wieder ein bisschen verändert. Yeah. Das. Gefällt mir richtig gut. So. Muss ich jetzt wieder was neues lernen? Nein. Ich glaube nicht. So. Es sind direkt groß geworden. Und wir müssen jetzt. Passt auf Leute. Erstmal das Skelett hier einsammeln. So. Zack. Sehr geil. Und. Ich und meine Mates. Wir gehen jetzt hier zu dieser unbekannten Spezies. Es könnte gleich wieder zu Flimmereien kommen. Egal. Aber. Äh. Das Spiel ist trotzdem cool. Das ist nur in der Zell- und Kreaturenphase. Leute. Deswegen. Ähm. Ja. Hoffe ich das jetzt einfach mal so. Oh. Okay. Let's go. Angriff. Zack. Und. Zack. Und. Los. Weiter. Oh. Ist das eingemessen. Alter. So heftig. Oh. Gott. So. Komm. Und das nächste muss down sein. Oh. Gott. Die sind. Die sind ja krass. Wuh. Hilfe. So. Okay. Das nächste down. Ich muss was essen. So. Okay. Meine Mates haben überlebt. Jetzt müssen noch zwei davon töten. So. Okay. Da. Den da. Hinterher. Und. Angriff. Zack. Und. Zack. So. Wow. Alter. War das geile Angriff. Yeah. So. Okay. Noch eins. Warte mal. Erst sammeln wir das denn noch ein. So. Das da einsammeln bitte. So. Oh. Da ist noch einer. So. Und. Angriff. Yes. Komm her. Hallo. Du musst den angreifen. So. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Und. Zack. So. Alter. Nice. Das gibt richtig viele Punkte da unten dazu. Das ist richtig gut. So. Und hier haben wir noch was. Oh. Es hat angefangen zu regnen. So. Wuh. Neue Füße. So. Und dann gehen wir hier weiter. Das nächste Nest auslöschen. Wuhu. Macht richtig Laune auf jeden Fall. So. Hier die da. Und. Angriff. Kauwams. 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 Zack. Und. Zack. Zack. So. So. Der nächste. Komm. Let's go. Zack. Zack. Und. Zack. Wow. Was ist jetzt? Jetzt. Ach. Mann. So. So. Oh Gott. Ich bin low. Oh mein Gott. Schnell. Tötet den. Oh Gott. Ich muss was fressen hier. Huiuiui. Okay. Schnell essen. Die sind stark Leute. Die sind richtig stark. So. Oh nein. Der greift alleine an. Oder? So. Wir müssen uns aufladen. Auf jeden Fall. So. Weiter essen nochmal was. Wir müssen uns aufladen. Weil wir sonst fast tot sind. So. Egal. So. Die töten wir auf jeden Fall noch. Let's go. Zack. 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 Komm schon. Batz. Batz. Und jetzt helfen. Unsere Mate helfen. Wir müssen unsere Mate. Hallo. Geh doch mal. Lauf doch da hin. Hallo. Auf. So. Huiuiui. Schneller. So. Ja Mann. Sehr schön. Weiter frasen hier. Alles weiterhin am Start. Wir heilen uns hoch. Sehr geil. So. Dann laufen wir zur nächsten Spezies. Und zwar in diese Richtung. Ah. Die. Die haben wir vorhin schon mal gesehen. Ey. Haben die richtig viele Stacheln? Kann das sein? Ist das möglich? Egal. Die rotten wir jetzt auch aus. So. Die da. Los. Los. Angriff. Zack. Und ab. Komm. Alter. Los. Hä? Ist da... Schlägt da ein Meteorit gerade ein? Oder was war das? Krass. Ja. Meteoritenschauer. What? Leute. Krass. Das ist krass. Ne? Einfach mal Meteoritenschauer. Nice. Wow. Und jetzt? Lol. Hört das Flimmern nicht mehr auf. Jetzt geht's wieder. Let's go. Und zack. So. Komm. Zack. Komm. Na los. Nächste ist down. So. Jetzt du da. Im Radio. Hier. Greif den doch an. So. Und so. Jawoll. So. Wir müssen noch zwei Stück. Hier. Da. Ist noch einer. Angriff. Zack. 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 So. Und so. Sehr schön. Ist auch down. Noch ein Brauch. Oh. Das sind welche nachgekommen. Ja. Kommt Leute. So. Da müssen wir lang. Und let's go. Patz. 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 So. Die haben auf jeden Fall keine Chance. Weil wir sind das ultimative Raubtier. Leute. So. Und. Oh. Ja. Leute. Es wird jetzt Zeit. Dass wir uns wieder. Fortpflanzen. So. Sehr geil. Alter. Leute. Wie wir abgehen. Wir sind einfach. Unschlagbar. Würde ich jetzt mal sagen. Und. Ja. Komm schon. Äh. Wer will denn? Hallo. Ich suche einen. Wer will. Wer will lieber? Du da. So. Komm. Na los. Komm jetzt her. Wieso macht ihr nichts? Ihr sollt Liebe tun. So. Jetzt geht's. Perfekt. Wuhu. Das gefällt mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Also da will ich auf jeden Fall das eine Teil hier hinzufügen. Was ich bekommen habe. So. Zack. Das Ei ist am Start. Sehr schön. Wupp. Und rein. So. Wuiui. Okay. Cool. Wir können jetzt. Passt auf. Das hier weg machen. Und das hier hinzufügen. So. Genau. Und machen wir das hier ein bisschen schmäler. Gehen jetzt hier hin. Und fügen da tatsächlich den Katakult hinzu. Dann können wir noch spucken Leute. So. Wobei. Was wäre wenn wir das auf. Leute. Wir machen das. Leute. Wir machen das hier. Mitten auf dem Kopf. So. Nein. Ah. Weißt du. Dann kannst du vom Kopf ausspucken. Ne. Wir bilden das da hinten einfach aus. So. Machen das Skelett. Leute. Das Skelett. Hier ein bisschen länger. So. Aber ein bisschen schmäler. So. Und wir richten uns etwas mehr auf. So. Machen das alles hier ein bisschen weiter so nach unten gerichtet. So. Die Augen logischerweise auch. So. Zack. Wuhu. So. Und das da wird auch ein bisschen schmäler. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal noch. Kann ich noch an den Händen was ändern? So. Da haben wir ja hier. Ohne zwei. Zweirige Klaue. Und jetzt machen wir hier eine Dreiräge Klaue. Klaue. So. Okay. Die Oberschenkel werden jetzt ein bisschen mehr. So. Und jetzt sind wir keine Basstinger mehr. Jetzt sind wir Bass. Äh. Bass. Äh. Spucken. Bass. Bass Tucken. Wir sind Bass Tucken. Alter. So. Genau. Perfekt. Oh. 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 Ja. Das gefällt mir. So. Leute. Wenn es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen flimmrigen Daumen nach oben da. Holst die anderen Parts nach. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und oh. Warte. Wir spucken noch. Yeah. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020